Willkommen zu diesem Video. Heute geht es um ein besonderes Thema und zwar meine Top 10 Lieblings-Zoologist-Düfte. Einer meiner Lieblingsmarken überhaupt und dieses Video will ich schon so, so lange machen. Auch bevor ich diesen YouTube-Kanal hatte, wollte ich dieses Video unbedingt irgendwann mal aufnehmen. Und passend zum Thema, falls ihr Vogelgeräusche im Hintergrund hört, das ist mein Papagei und ich hoffe, der ist nicht zu laut. Bevor es wirklich mit der Liste losgeht, möchte ich noch ein paar Worte zu Zoologist selbst sagen. Das Haus wurde von Victor Wong mit dem Ziel gegründet, alle möglichen Tiere kreativ in ein Parfum einzufangen. Zoologist ist für mich der Höhepunkt der kreativen Parfumkunst. Alle Düfte, die sie machen, sind einfach der Wahnsinn. Das Umfeld der Tiere, das, was sie fressen, vielleicht im einen oder anderen Duft der animalische Geruch der Tiere selbst. Traumhaft war Zoologist Raushaut und wir fangen sozusagen mit einem Platz 11 an, der für mich aber einen hohen emotionalen Wert hat. Und zwar Dragonfly 2017, also die alte Version von der Drachenfliege, hätte ich jetzt fast gesagt, von der Libelle. Und in diesem Duft ist eine besondere Note, die mich so fasziniert hat und zwar ein Regenakkord. Also der Duft riecht unter anderem nach Regen und also nach einem Regenschauer so wie im Sommer, wenn es lange warm ist, dann der kühlende Regen. Dann habe ich mir Samples bestellt und das war einer der Düfte, der mich richtig umgehauen hat. Der ist leider eingestellt worden, wurde aber durch eine neue Version ersetzt, die ich sogar noch besser finde. Wie riecht dieser Duft? Ein aldehydiges, schimmerndes, glitzerndes Opening, sage ich mal, mit Kirschblüten. Heliotrop, viel Heliotrop bei mir. Heliotrop kann in so eine kirschige, aber auch mandelige Richtung gehen und auf meiner Haut wird der sehr mandelmäßig. Also bei mir viel Mandel, aber wirklich das Umfeld dieser Libelle wurde so zauberhaft künstlerisch interpretiert. Und der Duft hat dazu noch eine gute Performance, obwohl er so eine Leichtigkeit hat. Der Regenakkord ist für mich in der Kopfnote da und auch wieder in der Basis sehr präsent. Und was natürlich noch dabei ist, ist eine Reisnote. Reis, sehr, sehr ungewöhnlich. Riecht man hier aber definitiv raus und ja, sozusagen auf der Nummer 11, die alte Version von Dragonfly. Ein sehr, sehr wichtiger Duft für mich. Auf der Nummer 10, jetzt beginnt es mit der richtigen Liste. Ich sprühe den Duft direkt mal. Die Probe ist leider fast leer. Es ist Squid. Einer der kreativsten Düfte, die ich kenne. Squid, also Tintenfisch, beschäftigt sich mit der Tiefsee. Und das ist kein einfacher, salziger Aquat oder so. Die reinen aquatischen Noten sind für mich auch nicht wirklich wahrnehmbar. Der nimmt diese ganze Tiefsee-Thematik von einer völlig anderen Seite. Und zwar ist das ein unendlich tiefer, tiefer, weihrauchiger, harziger, vanilliger Duft, salzige Noten und Tinte im Opening. Tinte. Wie kreativ ist das bitte? Und das riecht man auch wirklich. Der hat so eine Tiefe. Das ist wirklich der Wahnsinn. Ich finde, Salz kommt hier durch. Manche sagen, das ist eine sehr starke Note. Ich rieche es gar nicht so stark. Aber auf jeden Fall wahrnehmbar. Und dann diese vanilligen Noten. Ich bekomme, wenn ich ganz, ganz tief einatme, so im Hintergrund, wirklich ganz am Ende, so eine Vanille-Eis-Note. Das ist kein Gourmand-Duft, auf gar keinen Fall. Also, das ist nur ein Fun-Fact, sage ich mal, am Rand. Auch der Flacon mit dieser tiefblauen Farbe. Das wirkt wirklich wie Wasserfarbe. Wasserfarbe, also, wenn man das so sieht. Wow, also, Squid haut mich künstlerisch wirklich aus den Socken. Ist auch einer der beliebtesten Zoologist-Düfte. Hat auch so eine Spur wirklich von Animalik. Aber ganz, ganz fein. Also, kein animalischer Duft, würde ich sagen. Einfach süßlich, harzig, weihrauchig, vanillig. Also, sehr vanillig, aber untypisch. Das ist einfach ein sehr untypischer Duft. Und ich denke, ihr merkt hier schon, der Platz 10, beispielsweise, ist kein Duft, den ich nicht mag. Und ich mag nur die höheren Plätze. Das ist absolut nicht so. Jeder dieser Düfte ist für mich ein Meisterwerk. Ich liebe jeden dieser Düfte. Aber es gibt eben Düfte, die ich noch mehr liebe. Und Squid schätze ich sehr für das, was er macht. Aber es gibt eben Düfte, die mir noch besser gefallen. Und kommen wir zum Platz 9, Camel. Camel ist für viele, denke ich, der Platz 1. Ein orientalischer Duft mit getrockneten Früchten, orientalischen Gewürzen, Weihrauch, eine feine Ledernote, Ud im Untergrund. Der ganze Duft hat auch so einen leicht stalligen Flair, der vielleicht mehr in so eine Tierfellrichtung geht. Also, Zoologist nimmt sich das Bild einer Karawane auf den Weg zum Markt. Die Kamele sind mit orientalischen Schätzen beladen. Trockene Früchte, wie gesagt, orientalische Gewürze, Weihrauch, diese ganzen Noten. Eine Dattelnote ist auch da, die auch im Untergrund mitschwingt. Und dieser ganze Duft, das Bild, das damit eingefangen wird, das ist so gelungen. Das ist der Wahnsinn. Ich hatte den Flakon mal, habe den Duft aber nie getragen, habe ihn dann irgendwann verkauft. Ja, jetzt sehne ich mich vielleicht doch ein bisschen nach dem, aber das, was er darstellen will oder einfangen will, dieser Geruch der Karawane mit diesen orientalischen Gütern, dieser animalischen Note vom Kamelfeld in der Luft, ist wirklich absolut unglaublich. Platz 8 ist für mich ein Duft, der wohl für viele auch ein Platz 1 oder 2 Kandidat wäre. Es ist nämlich Bee, die Honigbiene. Genial, wie Honig hier umgesetzt wurde. Der ganze Duft dreht sich um Honig. Süß, pudrig, blühten, leicht harzig, unglaublich authentisch. Dazu kommt dann im Verlauf noch eine, ja, eine animalische Seite, wie animalischer Honig, sage ich mal. Ich stelle mir vor, dass das Fell einer Biene so riecht. Also Bienen haben ja auch so eine Art Fell. Und diese, es kommt so eine animalische, leicht holzige Note durch, die im Untergrund auch ist. Also hier geht es um Honig, Honig, Honig. Der Duft macht die Luft um euch herum richtig dick. Also der ist so voluminös, der strahlt so aus und macht die Luft um euch herum einfach zu Honig. Unglaublich, als ich das erste Mal gerochen habe. Ich bin nicht darauf klar gekommen. Mein ganzes Zimmer roch nach Honig. Wirklich toll. So, auf der Nummer 7 ist auch ein Duft, den ich schon sehr lang kenne. Als ich mir das erste Mal Samples bestellt habe von Zoologist, war der dabei. Und zwar Hummingbird. Also der Kolibri. Als ich den Duft das erste Mal gerochen habe, war der mir irgendwie zu feminin. Mittlerweile ist mir das aber egal und ich trage einfach, was ich mag. Ja, der ganze Duft ist einfach blumig, fruchtig. Kirsche, sanfter Apfel, sanfte Birne, diese ganzen Fruchtnoten sind sehr sanft da. Ich rieche Flieder und Flieder ist meine absolute Lieblingsblumennote oder Blütennote. Ich liebe den Geruch von Flieder. Der ist hier mit bei. Und natürlich ganz wichtig, Honig. Aber der Honig in dem Duft wirkt so wie Blütennektar. Also nicht wie Honig im Glas, sondern ganz, ganz frischer Honig. Direkt, sag ich mal, von der Blüte oder Blütennektar allgemein. Der hat so eine Leichtigkeit. Trotz dieser Blütenfruchtkombi irgendwie eine Transparenz, eine sanfte Note. Der riecht edel, der riecht einfach wirklich, wirklich toll. Nicht oldschool, auf keinen Fall irgendwie alt oder irgendwas. Auch wahnsinnig gut. Im Verlauf oder in der Basis hat er noch eine Sahnennote. Also der hat ganz, ganz viele kreative Noten. So muss es beim Kolibri wohl echt riechen. So, Platz 6 ist ein Duft, den ich so, 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 so sehr schätze für das, was der macht. Und meine Probe ist schon fast leer. Sehr, sehr traurig. Ich muss mir davon unbedingt ein Flakon kaufen. Es ist Biva. Also der Biva, es gibt wenige Düfte, die alleine von dem Duftcharakter emotional was in mir auslösen. Aber Biva ist einfach der Wahnsinn, wirklich. Der Duft eines Flusses, der mich irgendwie an Kindheitstage zurückerinnert. An Urlaube, irgendwo, wenn man an einem Fluss war. Der Duft riecht so schön nach der Luft an einem Fluss. Der Duft hat auch einen Luftakkord und den riecht man. Ich versuche jetzt mal gedanklich so ein Bild zu zeichnen, damit ihr versteht, wie ich diesen Duft wahrnehme. Ihr müsst euch vorstellen, ihr seid an einem Fluss, ihr hört das Wasser, ihr sitzt auf einer Wiese mit ganz, ganz jungem, frischem Gras. Es ist so ein Frühlingstag, der noch nicht ganz warm ist, der so eine kühle Brise mit sich hat, aber wo schon die ersten Sonnestrahlen einen aufwärmen. Im Hintergrund habt ihr Linden. Ihr riecht Knospen, leicht grasige Noten, Lindenblüten. Und dazu diese Flussluft, diese feuchte Luft, zusammen mit Schilf, Seerosen, Blättern, alles mögliche, was an einem Fluss so wächst. Und das ist der Duft. Das ist wirklich pure Kunst. Zoologist macht die besten Aquaten überhaupt. Wenn ihr keine Aquaten mögt, testet Zoologist Aquaten. Auch wenn ihr Aquaten mögt, das ist eine völlig andere Welt. Welcher aquatischer Duft befasst sich denn mit der Luft an einem Fluss? Im Verlauf bekommt ihr auch noch eine Ledernote dazu, die auch fein ist. Ich mag es nicht, wenn ein Duft zu viel Leder hat, aber der, da passt es einfach. Und das Leder ist auch sanft, das ist auf keinen Fall viel Leder oder so. Auch im Hintergrund so sanftes Leder. Das ist kein wirklicher Lederduft, also auf gar keinen Fall. Diese Ledernote kommt eben in der Basis etwas durch im Hintergrund. Auf jeden Fall wahrnehmbar, aber auch sehr feines Leder. Aber wirklich Flussluft, Frühlingsgrün, junge, zarte Knospen. Eine feine Ledernote in der Basis. Das ist ein unfassbarer Duft, den ich hundertprozentig brauche in meiner Sammlung. Unglaublich. Platz 5. Ein recht neues Release von Zoologist. Ich möchte auch schon lange ein Review dazu drehen, bin aber noch nicht dazu gekommen. Und zwar Dragonfly 2021. Ich habe hier sogar ein Original Zoologist Sample davon. Auf der einen Seite haben wir die alte Version von Dragonfly, die diese Teichthematik so in einem Zauber umsetzt. So alles in einem rosa Filter, sag ich mal. Wirklich verzaubert. Und hier haben wir eine originalgetreue Darstellung eines perfekten Teichs. Also ich rieche direkt das Teichklima. Also alles feuchte Luft, so auf den Teich bezogen. Ich rieche Seerosen, Wasserblumen, wirklich hauchzarte, herbe, blumige Noten. Dann der Reisakkord, oder die Reisnote, die auch schon im alten Duft war, ist hier wieder dabei. Und zwar etwas präsenter, finde ich. Wie müsst ihr euch Reis vorstellen? Ich würde es beschreiben, schon so eine, ja, Reis kennt jeder als Duft, sag ich mal. Aber das alles nochmal etwas runder. So eine Cerealiennote und so eine feine Süße. Anders kann ich es nicht beschreiben. Und die ist hier auf jeden Fall dabei und passt perfekt zum Duft. Der ist blumig, aquatisch, aber untypisch aquatisch, wirklich. Das ist kein Kalone- oder Meeresbriseduft, nein. Teichklima und im Verlauf oder in der Basis ein prominenter Regenakkord. Wenn ihr diesen Geruch von Regen, so ein Sommerregen, nachdem es lange heiß war, mögt, dann müsst ihr diesen Duft testen. Ich will noch eine Top 10 Lieblingsregendüfte machen, weil ich diese Duftnote einfach liebe. Diese Regennote, die in der Basis noch mehr und mehr dazukommt, ist wirklich toll. Ja, blumig, aber alles so zartblumig, nicht typisch blumig. Wie soll ich das beschreiben? Einfach, als ob man ein perfektes Bild von einem Teich hat und so riecht das. So ein Frühlingsmorgen, überall ist noch so tau, das ist einfach ein toller, toller Duft und ein echt, echt gutes Release. Definitiv, Platz 4. Der Duft haut mich auch wirklich um. Nicht nur, weil er eine sehr gute Performance hat, sondern weil er auch so ein Bild in meinem Kopf zeichnet. Es ist Moth, also Motte. Und dieser Flakon mit dieser schwarzen Flüssigkeit, auch die Zeichnung ist doch der Wahnsinn. Der beginnt würzig, pudrig, blumig, aber so alles so dunkel-düster eingefangen, wie eine Motte, die ihm nachts draußen fliegt, wo alles dunkel ist. Ich bekomme eine Honignote, die auch eher dunkel ist. Der Duft hat noch so einen leicht fruchtigen Charakter, ist aber nicht wirklich zu süß, sondern ist schon auf jeden Fall süßlich, aber nicht übertrieben. Und diese blumige, würzige, dunkle Honignote, ey, das ist unglaublich. Der ist noch sanft rauchig, süßlich, blumig, pudrig, dunkel, alles sehr, sehr düster, dunkler Honig. Im Verlauf wird er auch noch von einer sanften Udnote ergänzt. Also hier passt wirklich alles, wenn ich diesen Duft rieche. Ich fühle mich so, als ob ich in einer alten Festung oder in einem alten Schloss bin. Ein altes, staubiges Zimmer, überall Spinnennetze. Einen Kerzenständer, bei dem das Wachs schon auf den Tisch getropft ist. Alte Bücher, diesen Zauber, diese Magie, dieses alten Zimmers. Fängt dieser Duft für mich ein. Und in diesen alten Büchern müssen fantastische Geschichten stehen. Der hat auch so eine sanfte Note oder so eine gesamte Sanftheit einfach. Also der wirkt nicht zu überladen. Und diese Performance, die ist auch einfach nur krass. Also sehr gute Haltbarkeit. Diciage ist auch top. Den muss ich auch unbedingt haben. Platz 3 ist auch einer der neueren Zoologist Düfte. Und zwar Musk Deer. Der riecht so kuschelig schön. Wie der Name schon sagt, der Duft dreht sich um Moschus. Am Anfang bekommt er noch so eine sanfte, würzige Note dazu. Oder sanfte, würzige Noten. Etwas Rose. Und es beginnt direkt mit diesem süßlichen Moschus. In der Kopfnote ist dieser Moschus noch etwas animalisch. Aber auch sehr, sehr sanft. Ja, hier müsst ihr keine Sorgen haben. Das ist einfach so eine sanfte Fellnote, die dazu kommt. Und im Verlauf kommt mehr und mehr diese Moschusnote. Die wird immer präsenter, immer sanfter, immer kuscheliger. Der ist so, so schön für den Herbst oder für den Winter, wenn man ein, zwei Sprühstöße mehr nimmt. Denn die Criage ist nicht so stark. Haltbarkeit ist aber gut. Waldige Noten kommen im Verlauf noch dazu. Aber die sind auch sehr im Untergrund. Oder im Hintergrund eher. Untergrund. Einfach, wie ich gesagt habe, ein würziges Opening mit Moschus direkt. Eine feine Rosennote. Eine sanfte Fellnote, die dann im Verlauf sich ausglättet. Und der Duft wird kuscheliger, sanfter. Hier müsst ihr keine Angst vor Animalik haben, weil er einfach so sanft ist. Und ja, sanft beschreibt diesen Duft einfach gut, das Wort. Also, ich liebe ihn, ja. Ich liebe diesen Duft. Ich muss den haben. Das Video geht schon eine ganze Weile und ich habe schon ewig keinen Flakon mehr gezeigt. Das ändert sich jetzt aber mit dem Platz 2. Und zwar Sloth. Zudem muss ich nicht viel sagen. Das Faultier. Der Duft riecht wirklich wie ein tropischer, dichter Urwald. Tropisches Klima. Unterholz. Erdige Noten. Früchte, die von den Tieren angeknabbert wurden und fallen gelassen werden. Die auf dem Boden zerspringen und zermatschen. Also, da hat so einen Fruchtmix dabei, der auch nicht zu süß ist. Wirklich nicht gärende Früchte oder faulende Früchte. Sondern einfach Früchte, die so einen Mix einfach im Waldboden ergeben. Moos. Ey, dieser Duft ist unglaublich. Der ist so kreativ. Ihr habt, glaube ich, noch niemals sowas gerochen. Grün, dunkel. Der riecht einfach nach einem Urwaldboden. Tropisch, fruchtige Noten. Erde, Unterholz, Moos. Ein 10 von 10 Duft für mich. Dazu noch eine gute Performance. Ich liebe Sloth. Nicht umsonst ist das Faultier auf meiner Platz 2. Aber es gibt natürlich noch einen Platz 1 Duft. Und ich glaube, niemand würde erraten, welcher Duft auf meiner Platz 1 ist. Diesen Duft habe ich so oft in diesem Sommer getragen. Das war der Duft meines Sommers. Ich liebe diese tropischen Urwalddüfte. Es ist bad. Und zwar die neue Version, ich glaube von 2020. Der Duft ist auf keinen Fall für jeden was. Es ist einfach so. Der wird nicht jedem gefallen. Ist kein Blindkauf. Müsst ihr vorher testen. Es ist aber der beste Zoologist Duft für mich. Eine Guavennote im Opening. Direkt mit Heu und erdigen Noten. Etwas Maracuja. Der Duft hat noch Feige. Das rieche ich aber nicht wirklich. Aber für mich liegt der Fokus auf Guave, etwas Maracuja, Heu, feuchtes Heu bzw. Stroh, erdige Noten. Das ist für mich das Opening. Diese Heu Note und diese erdige Note zieht sich dann etwas zurück und überlässt diesen fruchtigen, herben Noten. Das Rampenlicht sage ich mal. Diese Guavennote ist für mich sehr präsent. Im Verlauf kommen denn diese Heu Noten und diese erdigen Noten immer mehr und mehr dazu. Und werden auch durch eine mineralische Note ergänzt. Jetzt muss man sich vorstellen, wie riechen mineralische Noten. Also wie riechen Steinnoten. Und das müsst ihr euch folgendermaßen vorstellen. Ihr seid in einer, ich weiß nicht, wer kennt das von euch, wenn man in einer Höhle ist. Mit so einem feuchten Klima. Diese Höhle mit diesen Steinnoten. Diese ganzen Höhlennoten. So riecht, so müsst ihr euch vorstellen, so riecht dieser Duft. Diese fruchtigen Noten gehen im Verlauf immer mehr in den Hintergrund. Und was übrig bleibt, ist dann diese Strohnote mit Erde. Diesem Höhlencharakter, dieser Höhlenluft, also mineralischen Noten. Ich glaube, viele würden den nicht im Sommer tragen. Aber ich finde diese fruchtige, herbe, eine leichte Süße hat er schon, aber der ist eher herb. Das kommt, finde ich, im Sommer richtig, richtig gut. Ein toller, toller Duft. Meine Platz 1. Und das war es mit dem Video. Ich bin überzeugt von diesem Haus. Ich liebe diese Düfte. Ja, unglaublich kreativ. Ich hoffe, meine Faszination kam auch ein bisschen rüber. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und damit sage ich Tschüss.